Silvester 99 2000, Sandra geht zu einer Kostümparty, als Steffi Graf verkleidet. Und trifft dort auf Boris Becker. Nicht in echt. Es war doch nur ein Kostüm. Aber ein Feueralarm hat die Romantik leider beendet. Und im Chaos, als alle rausgerannt sind, haben die beiden sich aus den Augen verloren. Boris Becker ist Nickis Vater. Oh. Ach so. Mehr, 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 mehr. Was kannst du mir noch geben?